Der Hanomag R12 als Schlepper und Geräteträger verschafft dem Landwirt die Möglichkeit, seine Arbeit zu erleichtern. Die Hanomag Hannover bietet mit dem umfassenden Bauprogramm Rad- und Kettenschlepper für jeden Betrieb und für alle Verhältnisse. Neben dem R12 als Schlepper und Geräteträger zugleich, dessen Einsatz wir ihm soeben vorgeführt haben, sind es der R18 mit dem Hanomag Zweizylinder-Zweitaktmotor und der R24. Zwei Schlepper und Geräteträger, die für die Vollmotorisierung kleinerer und mittlerer bäuerlicher Betriebe und als zusätzliche Allzweckmaschinen für mittlere und große Betriebe geeignet sind. Unsere drei Schleppertypen R12 KB, R16 und R19 dienen der Motorisierung von kleinsten, kleinen und mittelbäuerlichen Gemischtwirtschaften und Grünlandbetrieben. Der R27 ist besonders durch seine Ausrüstung mit hydraulischem Kraftheber und Kriechgang ein vielseitig verwendbarer Schlepper. Es gibt kaum eine landwirtschaftliche Arbeit, die mit dem stärksten Allzweckschlepper R35 nicht ausgeführt werden kann. Für Zapfwellengeräte mit hohem Kraftbedarf hat die Hanomag den R3545 entwickelt, dessen Motor durch einfachste Umschaltung 45 PS leistet. Er ist der passende Schlepper für Hackfrucht, Erntemaschinen, Mähdrescher, Feldhäcksler, Bodenfräsen und so weiter. Selbstverständlich ist hier die unabhängige Zapfwelle eingebaut. Der R45 ist ein Schlepper mit größter Zugleistung für landwirtschaftliche Großbetriebe, Lohnunternehmer, für die Forstwirtschaft und Fuhrunternehmer. Der stärkste Radschlepper, den die Hanomag baut, ist der R55. Er wird auch mit Turbokupplung ausgerüstet und dient unter anderem zum Schleppen von Flugzeugen und Ziehen schwerster Lasten. Für schwierige Geländeverhältnisse und druckempfindliche Böden in der Landwirtschaft und beim Straßen- und Wegebau wird überall dort, wo große Zugkräfte und hohe Leistungen verlangt werden, der K55 oder das jüngste Kind, der Hanomag K60 eingesetzt. Und das ist der K90, der Schlepper mit dem stärksten Motor, den die Hanomag baut. Kultivierungsarbeiten, Erdbewegungsarbeiten bei Straßen- und bei Städtebauten sind sein Einsatzgebiet. Für jede Betriebsart und Größe und für jeden Geldbeutel baut die Hanomag leistungsfähige Schlepper, die aufgrund jahrelanger Erfrobung und durch die jahrzehntelange Erfahrung im Schlepperbau zu den modernsten und vielseitigsten der Welt gehören. Über 150.000 Einheiten arbeiten im In- und Ausland zur Freude und zum wirtschaftlichen Nutzen ihrer Besitzer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017